So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier beim Schokobo Grand Prix, wo wir dann nun heute das wohl höchstwahrscheinlich letzte Kapitel des Storymodus wohl absolvieren werden. Kapitel Nummer 8. Das Finale des Grand Prix wird dann jetzt wohl, glaube ich, starten. Oder wer weiß, vielleicht geht es ja sowieso auch noch vielleicht in zwei Rennen weiter, aber ich denke mal, bis ins Finale. Hm, Kapitel 8. Das hört sich ja nicht gerade noch an, als ob er sagt, dass jetzt der letzte Part wäre. Komm schon, gib ein decentes Gespräch. Quiet down over there! Kupo! Seeing as some of you are quite impatient, let us skip the formalities. This ends the opening ceremony, Kupo! Let the final race begin! That's it? Now to announce the Grand Prix Participants, Kupo. Wait a minute. Huh? Ja, klar. Ein Roboter, Chokobo. Was ist das? The final battle needs a Robo version of the Protagonist, wouldn't you agree? This is sure to liven things up, Kupo! Marketing is behind this, isn't it? That's one. Who's the other? When you need him, he's there. Whistling a tune, he's there. Oh, it's you. Great. Clearly you know nothing of style or elegance! Learn to let people finish their lines, Kupo! Amateurs really are more trouble than they're worth. The final participant is racing HeroX, Kupo! Now, let us get down to business! All magicites will be allowed in the final race. Don't hold anything back, Kupo! Are you ready? On your marks! Tja, das letzte Rennen scheint dann, wie es aussieht, jetzt wirklich zu beginnen. Und so, wie es dann jetzt, der Sack, auch aussieht, scheinen wir, der Sack, wohl jetzt nicht zur Fahrerauswahl rüber wechseln zu dürfen. Mhm. Da wir wohl in den letzten Part sowieso Chokobo genommen haben, werden wir wohl jetzt auch das Ganze mit Chokobo beenden müssen. Na gut. Finde ich jetzt beim besten Willen nicht allzu schlimm. Okay, jetzt steht der Sack hier, Goldsauce, Strecke lang. Und ja, die Strecke ist jetzt auch eine andere. So wie es aussieht, ist die Strecke wirklich anders als aus dem letzten Part. So wie es aussieht, ist die Strecke. Okay, jetzt kommt aber mal wieder die blöde, eine blöde. Ah, jetzt kommt der Sack wirklich mal wieder die eine blöde Sache hier zum Zuge. Hä, okay, das war, wie es aussieht, jetzt falsch. Oh, verdammt, jetzt... Oh, verdammt, jetzt kommt der Sack-Sack. Oh, verdammt nochmal. Wir hätten der Sack jetzt gewinnen können, wäre diese eine blöde Kurve jetzt nicht gewesen. Können wir jetzt wenigstens das Ganze nochmal von vorne beginnen oder müssen wir wirklich mal wieder zurück ins Geschichtmenü übergehen? Okay, hier dürfen wir der Sack nochmal spielen. Aber im letzten Part war die Option überhaupt nicht da gewesen für Kapitel Nummer 7. Was doch wirklich ein bisschen komisch war. Aber ja, hätten wir jetzt diese eine Kurve, wäre er sagt, nicht vergeigt. Oh, das ist jetzt wieder so blöd. Und jetzt geht es weiter. Okay, und wieso wurde ich jetzt noch getroffen? Okay, ich konnte dabei jetzt überhaupt nicht gegenlenken. Oh, das gibt's doch jetzt überhaupt nicht. Das läuft ja jetzt noch schlechter als zuvor. Nicht zu vergessen, er sagt, dass man ziemlich blöd an die Marginite herankommt. Und die Drifts funktionieren meistens auch nicht irgendwie. Tja, das war jetzt, er sagt, ja noch schlechter als zuvor. Tja, an einigen Stellen sind, er sagt, die Ecken anders, aber an manchen Stellen sind die wiederum, er sagt, wieder so wie wir sie kennen. Aber an der einen Ecke muss ich, er sagt, wie es aussieht, auch diese Abkürzung auch versuchen zu nehmen. Ah, nein. Na toll, na toll, na toll, na toll. Oh, wieso zum Henker habe ich denn jetzt die Ecke da nicht genommen? Oh. Okay. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Mit sehr viel Geduld und mit sehr viel Anstrengung haben wir jetzt gewonnen. Doch ich denke mal, dabei wird's der Sack jetzt nicht bleiben. Irgendwas anderes Renntechnisches wird jetzt sicherlich noch kommen. Ja, Kapitel Nummer 9. Ich denke mal, dann können wir in Kapitel Nummer 9 auch gleich mal weitermachen. Das wird dann wohl das wahre Finale werden. Ich werde das nicht akzeptieren. 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 Ich werde dich nicht wegwerfen lassen. Ich werde nun in einem finalen Raze bezwungen werden. Der letzte Kampf. Wo sind wir? Das ist die Interdimensional Rift. Wir sind in einer anderen Welt. Du bist ein bisschen zu wissen. Wer genau bist du? Ich glaube, es ist Zeit zu erzählen. Ich bin ein Amethyst-Hunter. Ich habe versucht, sie zu schützen. Amethyst-Hunter? Was ist das? Sie sehen, die Farbe von der Rästung-Hero-X? Wie es ein Blatt verbrechtet hat. Das ist die Farbe von einem Amethyst. Das ist etwas von einem Verbrechen. Sie verbrechen die Menschen, die sie dann, in turn, benutzen, um zu verbrechen und zu verbrechen. Unfortunately, der Rästung-Hero-X hat sich von einem. Oh, mein Gott. Amethyst-Hero-X hat sich von einem Amethyst-Hero-X hat sich von einem Wir gehen weiter und wieder weiter, um ihre Zahlen zu erhöhen. Also, was passiert, wenn wir verabschieden sind? Wir sind nicht mehr in der Welt, in denen wir kommen. Ob es das möglich sein kann als Death oder nicht, kann ich nicht sagen. Während ich eine große Menge Amethysts habe, ich konnte nicht lernen, was von den Individuen verwendet wurden. Das ist das letzte Mal. Wenn nur ich es nicht verloren habe. Vielleicht hätte ich das ganze Ordeale nicht vergessen können. Ouch! Have at me, vile beast! Wait a minute, Chocobo? Zowned! Tis no beast, nur Chocobo! Du solltest nur gesagt, aus dem Anfang. Oh, ich mag es hier nicht. Wir müssen mal hier über eine Rolle, die die Regionen nach nak complete gehen können. Ich kann nicht Schritt nachdenken. Cweit! Ich werde was ein Fehler hits. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist das? Wer bist du? Wer ist das? Wer bist du? Wer bist du? Wer ist das? Wer bist du? Wer bist du? Wer ist das? Wer ist das? Ah, are we continuing this charade? Chocobo, you've not forgotten me, have you? Unbelievable, absolutely unbelievable. We've reached the climax, and yet you persist with this nonsense? At least answer me this, how did you get here? Or rather, how does one exit? Oh, just go that way, then. I see. Let us egress post-haste. Oh, yes, that whole saving the world thing? Fooey, if you make it out safely. Bah, no ifs about it. I'm certain we'll meet again. At that time, I hope you'll consider me a... Uh, never mind. I'm still a bye-bye. And where do you think you're going? There you are! Why, you little pipsqueak. I shall have you pay for your crimes against me. So unexploits Gilgamesh and lives to tell the tale. I found you suspicious from the very beginning. I should have known. This ends here. I'm afraid that won't be happening, Kupal. Just take a look at all the greed that resides in your heart. I followed your orders and impeded everyone's progress. Why didn't you bring me here? What trouble is this, Kupal? I told you to gather those with greed in their hearts and bring them to the final race, Kupal! Lies! Not only did you ignore my commands, you actively prevented me from acquiring the most delectable specimen of all. Atla, scum consumed with selfish desire. Jeez, talk about rude. I am here, you know. I thought you wanted me to keep the greedy away. Ah! Is there a brain between your ears, Kupal? I wanted to fight you one more time, mano a mano. You're not helping your case. Ah! If I just left you in the lurch, I'd look like a jerk for all of history. Thought I'd let that happen? As if. There really is no helping you. Ha! Morons! Resist all you want. There is no escape, Kupal! It's time to put an end to this. Let's race! Haha! Sounds to me we're nearly at the end. I couldn't have said it better myself. For this is where your stories come to a finish, Kupal! Na gut, dann fangen wir mal an. Das allerletzte Rennen. Hm, bestreiten wir das, Herr Sack, immer noch mit Chocobo? Ja, ich denke mal, wir bestreiten es weiter mit Chocobo. Alles weitere wäre jetzt auch ein bisschen blöd. Also gut, das Final Race. Bestreiten wir. In der Welt, die niemals war. Die Welt zwischen den Dimensionen. Die Welt im Nirgendwo. Die Welt, dessen Name wir wohl gleich erfahren werden. Und dann sowieso ja auch die letzten... Den Namen der letzten Strecke. Interdimensionaler Riss Alpha. Soll das, Herr Sack, bedeuten, es gibt hier vielleicht noch einen internationalen Riss... Interdimensionalen Riss Beta und Gamma? Aber es wird, Herr Sack, nicht gerade sehr einfach werden, hier überhaupt den ersten Platz zu erlangen. Ein Lime. Das war's für heute. Oh, das ist doch so was von lächerlich jetzt hier. Das war's für heute. Moment mal, das war es halt schon die letzte Runde gewesen? Oh, das war's für heute. Aber gut, wir haben jetzt den ersten Platz errungen. Doch bedeutet, dass er wiederum sogar auch... Okay, wir haben Rennfahrer X jetzt erhalten. Einen neuen Ort freigeschaltet und ich denke mal, damit wäre jetzt auch alles zu einem Ende gekommen. Der Story-Modus wäre damit jetzt, glaube ich, beendet. Boom! 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 Die Heroin, die diese Geschichte braucht, ist mir! Heroin? Was Heroin? In der Fall, dass du vergessen hast, bist du der Grund, warum wir in dieser ganzen Scheiße sind. Ich bin nicht so gut, Kupal. Mehr als wichtig, wie schuldigst du mit meinem Magnificen Mughalbad, Kupal! Ich werde meine Revenge auf dich in unserer nächsten Runde! Magnificen Mughalbad? Oh Gott, es ist etwas, was für die Phrase gesagt wird. Der allerletzte Renn! Müssen wir denn jetzt also gegen den Amethyst selbst fahren? Ich glaube irgend... Oh, interdimensionaler ist Omega. Beta und Gamma haben die dann, wie es aussieht, gleich mal übersprungen. Okay. WDR mediagroup GmbH Das war's für heute. Das ist mir allerdings jetzt ein Rätsel, wie ich ja gesagt jetzt hier noch erster werden soll. Viel zu viele Kurven, ja. Okay, man kann natürlich immer wieder ein bisschen, immer wieder erster werden, wenn man natürlich ein bisschen Glück hat. Und damit haben wir es dann jetzt auch geschafft. Wir sind vor einem Fahrer X und dem Nekropanzer in den Ziel gekommen. Und haben dann, wie es aussieht, jetzt. Oh, wir haben den Epilog freigeschaltet. Und den Nekropanzer. Und den interdimensionalen Riss Omega. Also gut, wenn wir dann jetzt sowieso, er sagt, noch den Epilog haben, dann können wir den, er sagt, sowieso gleich auch noch erleben. Es werde nichts. Wer auch immer das jetzt gesagt hat. War es jetzt nochmal der Nekropanzer gewesen? Oder jemand komplett anderes? Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall. Warte mal, ist das jetzt der Epilog schon? Oder ist das noch eine andere Sequenz? Willkommen, alle. Okay, das scheint, wie es aussieht, jetzt wirklich schon der Epilog zu sein. Es ist schon lange. Sherma, Irma, Sid auch. Haben die anderen noch nicht zurückgekehrt? Und? Sie sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind... Ich ver... Ich frage, wo sie sein können. Sie sind... So viele Tage haben schon seit der Riss. Sie sind... Kein... Kein Sie... Sie sind... Ich dachte, dass es mir verändert. Aber... Dinge sind nicht anders als als erstes wir angefangen. Ich denke, es ist eine Sprache. Wenn du all deine Hoffnung auf eine Schöne-Stelle schlägst, findest du dich lange, lange warten. Ich denke, ich werde hier für einen Moment, dann. Eine Schöne-Stelle ist meine einzige Hoffnung, um zurück zu Hause. Ich bin da mit dir. Wir müssen in der Zukunft schauen. Nach allem, es gibt nichts mehr Attraktives als eine Frau mit einem Traum. Ich glaube, das ist nicht so, was Sherma bedeutet. Auch so, die Stadt hat viel verändert, seit der Reise begonnen. Es ist so großartig. Insofern hat es. Look at all the fields we have now. Es ist wunderbar, zu sehen, dass unsere Stadt präsentieren. Die Schöne sind zu sehr wert, um sich zu anderen zu lassen. Du musst eine Entscheidung machen, und dann überprüfen sie, bei allen Dingen notwendig. Du hast es gesagt, Pa. Was? Was ein Wunderschön Vater. Just remember, die Situation nicht auf sich selbst verändern. Nur du hast das Macht, um das zu tun. Du musst das Angst, um die Fehler zu machen, um dich zurückzuhren. Du hast ein Punkt. Vielleicht ist es nicht, dass es nichts ich will. Aber ich bin zu Angst, um ihn zu gehen. Ich habe eine große Ehre. Es ist eine große Ehre. Es ist eine der meine Eltern in mir sehr informiert und werde ich immer wieder Dank für mich. Ich bin sicher, dass das nicht der Name Ihre Eltern geschaffen. Und wenn ich es jetzt verändert habe, wer wird mich als Protagonist sein? Du hast viel Vertrauen, ich gebe dir das. Ich würde mich nicht zu viel über das, wenn ich dich wäre. Was ist das? Titan's nicht supposed to be around heute! Wie frightening! Over da! Was ist das Licht? Das ist Chocobo, Claire, und HeroX, auch! Wir haben zurückgekommen. Ich bin sehr glücklich zu sehen, dass du in eine Beobachter gekommen bist! Da 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 da! Du hast nichts vorzuse! Racing HeroX ist hier! Kaball! Was passiert zu Wahahahaha? Ich bin nicht mehr der finalen Boss, Kupal. Huh? Was? Thanks to me, peace wurde in der Land, Kupal! Wo wäre der Welt ohne uns heros gewesen, ey? Was ist er da? Down hier? Anyone? Oh, ich habe dich nicht gesehen. Das war es schlimmer als der Fall. Das war es mir. Hero X! Das ist alles deine Schuld. Wie schreitst du uns durch so eine Ordeale? Ich bin so viel von einem Verzicht als du, Kupal. Es ist nicht so, dass ich überhaupt nicht mehr daran erinnere. Oh? Ich dachte, wir haben dich in den Details. Es gab keine Zeit für das, Kupal. In fact, ich habe mich genau zu sagen, das ist nicht so, Kupal! Es ist ein Geheimnis. Es ist kein Problem? Du bist zu hoch für dein eigenes Wissen. Chocobo ist richtig. So long as du bist und gut, kannst du deine Suche für treasure einhören. Ist das genug? Genau. Man könnte sogar sagen, dass treasure-hunterinnen, die auf die Wünste haben, sind keine treasure-hunterinnen. Ich denke... Ich meine... einfach mal schauen, diese Stadt. Warum? Mit nur ein wenig Zeit und Effort. Verstehst du, was ich geschafft, im Endeffekt? Ich bin ein treasure-hunterer, speziell zu vermeiden, diesen typischen Arbeit. Well, zumindest mein Ziel ist, nicht zu enden wie ihn. Du hast etwas gesagt? Ich habe ein Problem! Uh... Nevermind. Huh? Was ist das? Ouch! Made it! Surprised to see me? If I just left you in the lurch and they started rolling credits, I'd look like a jerk for all of history. Thought I'd let that happen? As if. We know you're a jerk, Coopo. Who are you? 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 I rise from the dead, and this is the welcome I receive? You two Chocobos remember me, don't you? Who are you? Oh, come on, you can't be serious. What about you, little white mage? Who are you? Who are you, Coopo? The little twerps are not a two? Unbelievable! This is a transgression I simply cannot forgive. In fact, this calls for a... This story is very fictional. All the similarities to the known groups, names, etc. are not a real thing. This information comes a little bit too late, I must say. But, no matter. So, I think the epilogue... ... 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 Ok, jetzt wird nochmal erklärt. Wegen der Nachfrage nach Rennstrecken konnte der begabte Bauarbeiter Titan sein eigenes lukratives... So schnell kann ich doch nicht mal vorlesen! Silk sah einige Erwachsene auf einem Karussell, die so dumme Gesichter machten, dass sie beschlossen, sie wäre... ... 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 Jetzt, er sagt, die einzelnen Stellen im Video stoppen. Auf jeden Fall, sie wurde eine Influencerin, wiederum, naja, sah sich Fotoalben an. Naja, aber auf jeden Fall, das Spiel war auf jeden Fall ziemlich nett gewesen, muss man, er sagt, sagen. Die Rennstrecken waren, er sagt, gut erarbeitet. Die letzten waren auch ein bisschen schwierig von den Kurven her für mich gewesen, war, er sagt, auch gut. Die einzelnen Charaktere waren, er sagt, auch ziemlich schön. Aber jetzt kommt, er sagt, sowieso auch erstmal das, worauf ich mich sowieso auch erstmal freute. Worauf ich mich sowieso auch freue, sobald ich das hier erstmal hier fertig habe. Nämlich, wir starten den Schokobo Grand Prix. Ja, sobald, er sagt, der Epilog zu Ende ist, wird er, er sagt, die Aufnahme starten für den Schokobo Grand Prix. Wo wir dann auf alle Fälle mit Racing Hero X oder, ja, ich denke mal, vielleicht dann doch eher Mecha-Chokobo oder vielleicht doch eher den Nekropanzer ins Rennen starten werden. Und dann wollen wir auch mal sehen, wie der Online-Modus hier auf dem Spiellauben ist. Tja, bin da sogar auch mal gleich gespannt, was er sagt mit Adler, Racing Hero X und Schokobo dann auch geworden ist. So, Ben, er könnte, dass seine Einstellung ändern sollte. Jetzt hilft der Titan bei seinem neu gegründeten Unternehmen. Tja, zu schade. Zu schade, zu schade. Ist jetzt, er sagt, doch ein bisschen zu schnell, der Text. Gilgamesh hat seinen Extens, lacht nochmal akzeptiert. Er genießt, dass die Leute inzwischen seinen Namen merken. Okay, mal ein bisschen Text überspringen, sodass man auch was vorlesen kann. Ähm, dann fiel ein Renntal. Das redet er sich zumindest ein. Irgendein Geheimnis, bla bla bla. Na gut, wir haben, er sagt, wie es aussieht, schon fast alle Charaktere durch. So, guter Letzt müsste jetzt, er sagt, noch Schokobo kommen. Wie schon vor diesem Gefiederschreiber ein Ereignis, geht Schokobo weiter mit seinem besten Freund Adler auf Schatzsuche. Na gut. Na gut. Ah, guck. Okay, Arikako, LTD-Stuff. Ja, das ist jetzt, er sagt, nun wirklich auch der Abspann. Und ich denke mal, so, den könnten wir jetzt auch überspringen. So, neue Schwierigkeiten hinzugefügt, extra. Geschichte freigeschaltet. Charakter Schokobo? Musik beim Rennen. Mitwirken gespiegelt, okay. Gilgamesh erhalten. Kamillas Papa halten. Haftung erhalten. Okay, eine neue Belohnung kann errungen werden. Ja, ich weiß es recht. Irgendwie so recht in... Recht Lust hätte ich erst, er sagt, jetzt nicht. Jetzt, er sagt, noch mal die Geschichte von vorne zu machen mit einem extra Schwierigkeitsgrad. Äh, und wir können uns jetzt, er sagt, noch nicht mal einen neuen Charakter überhaupt besorgen. Uns fehlt nämlich noch ein Ticket. Schade. Uns fehlt jetzt also wirklich noch ein Ticket. Schade, schade, sag ich da, oje. Okay, uns fehlt also tatsächlich noch ein weiteres Ticket, um dann den Mecha-Chokobo freizuschalten. Also, werden wir also im nächsten Part den Chokobo-Grompy im Turniermodus dann mit anderen Spieler und Spielerinnen aus der ganzen Welt versuchen und Champion... Äh, und versuchen dann also auch Champion zu werden mit Racing Hero X. Und damit sage ich dann jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Schade, 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 schade.